Klara ist eineinhalb Jahre alt. Zusammen mit ihren Eltern lebt sie im Kinderpalliativzentrum in Datteln. Der Kinderarzt und Schmerztherapeut Boris Zerniko hat das Zentrum aufgebaut, mit dem Ziel, sterbenskranken Kindern ein würdevolles und möglichst schmerzfreies Leben zu ermöglichen. Seit zwölf Wochen ist Klara bereits bei ihm. Den Umständen entsprechend geht es ihr inzwischen ganz gut. Sie weint und schreit nicht mehr so bitterlich wie früher. Sie hat halt immer geweint, durchgehend. Man konnte sie kaum hinlegen, hat sie geweint, Luft angehalten, bis sie blau wird auch. Acht Monate lang war sie ja im Krankenhaus. Letzten August kam sie dann nach Hause. Dann haben wir das ein paar Monate probiert, aber es ist halt nicht besser geworden. Da sind immer mehr Medikamente angefangen worden und alles durcheinander. Boris Zerniko erlebt viele solcher Fälle. Er weiß, um die richtige Medikation bei Kleinkindern zu finden, braucht er Geduld, viel Erfahrung und muss die Kinder genau beobachten. Die Klara hat eine sehr seltene Erkrankung, die letztendlich mit einer Missbildung des Gehirns einhergeht, aber auch mit einer Fehlbildung von anderen Teilen des Körpers. Und das führt dazu, dass speziell bei ihr eine ganz starke Unruhe da ist und vielleicht sogar ein Schmerz. Es ist ganz einfach, diese Kinder auf Dauer schlafen zu legen. Aber was wir wollen, ist, wir wollen ein gutes Leben, eine Teilhabe und wenig Symptome. Aber die wissenschaftliche Basis für die Auswahl dieser Medikamente ist unglaublich schmal. Und wir würden uns wünschen, dass es mehr klinische Studien gibt, wo wir unsere Entscheidung drauf fußen können. Dass wir sagen können, für Kinder mit der Art der Unruhe ist es wichtig, das Medikament zu nehmen. Bei einer anderen Art der Unruhe, der Schlafstörung, ist es besser, dieses Medikament zu nehmen. Aber diese wissenschaftliche Basis, die gibt es leider nicht. Boris Zerniko hat sein Leben dem Kampf gegen den Schmerz verschrieben. Er ist Chefarzt, forscht und lehrt an der Universität Wittenherdecke, entwickelt neue Therapien und leitet neben dem Kinderpalliativzentrum auch noch das Deutsche Kinderschmerzzentrum. Für dieses Engagement zeichnet ihn die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit dem Kommunikatorpreis aus. Die Jury beeindruckte vor allem, wie er die Themen Palliativversorgung, Schmerz und Schmerztherapie in der Öffentlichkeit präsentiert. Ein kleiner Ausschnitt. Negative Gefühle und Stress können Schmerzen schlimmer machen. Daher ist es wichtig, negative Gefühle und Stress zu verringern. Der Film erklärt Kindern in zehn Minuten die möglichen Ursachen ihres chronischen Schmerzes und das in mittlerweile 23 Sprachen. Der ehemalige Chefzeichner von Fix und Foxy, Bone Buderus, hat die Ideen von Boris Zerniko in Szene gesetzt. Einer der vielen ehrenamtlichen Helfer und Förderer des Kinderpalliativ- und Schmerzzentrums hat Boris Zerniko von dem Zeichner erzählt. Da kam ihm die Idee. Inzwischen arbeiten die beiden bereits an ihrem zweiten Film. Die Ideen für unsere Forschungsprojekte oder Filme laufen eigentlich immer gleich. Wir behandeln Patienten und wir sehen, woran sie leiden. Und wir versuchen dann, den Patienten, die am meisten leiden, zuerst zu helfen. Und da ist es eben so, dass wir zunächst Kinder hatten mit Schmerzen überall, mit einer chronischen, generalisierten Schmerzstörung, aber auch zunehmend sehen, dass Kinder Migräne haben und dass wir versuchen wollen, diesen Kindern ihre Migräne besser zu erklären. Und das Wichtige in der chronischen Schmerztherapie generell, besonders aber bei Kindern, ist, dass Erklären der wichtigste erste Schritt der Behandlung ist. Das ist bei vielen anderen Erkrankungen nicht so. Wenn man für Kinder arbeitet, ist es unendlich wichtig, dass man ein Team um sich herum hat, was in die gleiche Richtung läuft. Weil ich glaube, als Einzelkämpfer wäre das sonst sehr, sehr schwierig. Und schon ein Einzelner, der nicht passt, kann ganz viele Ressourcen aus dem Team abziehen. Deswegen ist es wichtig, dass man ganz viele Menschen an der Auswahl neuer Mitarbeiter beteiligt. Die Atmosphäre in der Kinderschmerztherapie-Forscherszene ist eigentlich eine extrem lockere. In Seattle hat dieses Jahr der Weltkongress für Kinderschmerztherapie stattgefunden. Ich hatte eine Kamera mit und der der Mensch, mit dem wir am meisten zusammenarbeiten, ist Charles Burdy. Der erste Mensch auf der Welt, der einen Lehrstuhl bekommen hat für Kinderschmerztherapie an der Harvard Medical School in Boston. Einer meiner Vorbilder und Heroes, ein ganz, ganz besonderer Mensch. Ich war sehr erfreut zu hören, dass die deutsche Forschungsgemeinschaft DFG den Kommunikatorpreis Professor Boris Zernikow verleiht. Professor Zernikow ist einer der weltweit führenden Köpfe bei der Schmerzbehandlung von Kindern. Er hat in Deutschland eine Behandlungsmethode entwickelt, die weltweit als Pflegemodell sich etabliert hat. Und meiner Meinung nach ist er der beste Schmerzforscher in Europa. Unser größtes Projekt, für das unser Herz gerade schlägt, ist, dass wir unbedingt das deutsche Kinderschmerzzentrum ausbauen müssen. Wir müssen räumlich uns erweitern. Wir brauchen dafür nur 1,5 Millionen. Die muss ich ja irgendwo finden eigentlich. Boris Zernikow ist auch beim Spendensammeln ein Profi. Die Nachbarvilla hat die Klinik bereits gekauft. Und auch ein Modell des neuen Kinderschmerzzentrums gibt es schon. Dass es mit dem Spenden klappt, davon ist Boris Zernikow überzeugt. Denn auch sein Kinder-Palliativzentrum musste er komplett über Spenden finanzieren. Vor fünf Jahren war die Eröffnung. Für Boris Zernikow, seine Frau, sein Team, die Familien und die vielen Förderer und ehrenamtlichen Helfer ein guter Grund, ein Kinderfest zu feiern. Meine Vision ist, dass ein Kinder-Palliativzentrum auf Dauer arbeiten kann. Dass die Menschen kein Burn-out bekommen, die dort arbeiten. Dass wir genug Personal haben. Dass wir Forschung machen können, um Kindern mit lebenslimitierenden Erkrankungen besser zu helfen. Weil die Arbeit, die wir jetzt machen, ist auf einem ganz schmalen Fundament. Für Menschen, die jetzt Palliativmedizin machen, muss es so ein Erlebnis geben, ich bin hier richtig. Ich habe den Eindruck, wenn ich in einer Situation bin, wo ein Mensch schwerst krank ist, dass ich dort für den Menschen hilfreich sein kann, für die Familie hilfreich sein kann, ohne dass ich selber Schaden nehme. Oder dass ich dann danach nicht mehr gut weiterleben kann.